Moin Moin Kraduiano und herzlich willkommen zu unserem Hayatte Special. Zweiter Versuch. Carlo hat gerade eine schöne 0 Damage Runde in der Hayatte hinbekommen. Yeah, aber die Aufnahme ist dann leider abgeschmiert. Hayatte hat geile Änderungen bekommen. Wir haben jetzt Nebel und Torpedo-Nachladebooster, beides auf separaten Slots. Was wiederum bedeutet, dass die Hayatte extrem viel stärker geworden ist. Durch den Nebel haben wir natürlich viel Sicherheit, durch den Torpedo-Nachladebooster mehr Damage und die Hauptbatterie hat sogar noch einen Buff von 0,3, 0,4 Nachladzeit bekommen. Sehr geil, sehr geil. Wir haben Spaß. Ich würde mich hier ganz safe bei A hinstellen. Das werden wir auch, glaube ich, gleich mal machen. In der Hoffnung, dass die Gegner das hier nicht gleich blockieren. Nachladzeit der Torpedos ist recht lang. 137 Sekunden, das ist übel. Kann man nicht anders sagen. Wir haben 10 Torpedos im Wasser. Durch den Nachladebooster, da sind es dann aber insgesamt 20. Der hat aber wiederum dann 2 Minuten nach der 20 Nachladzeit. Das Schiff hat mal 2 Millionen Freakspiel gekostet. Freie Erfahrung. Sau teuer, teuerste Freakspiel-Schiff, was es im Spiel tatsächlich gab. Kostet jetzt aber, ob das noch Kohle ist, um mal in der Waffenkammer zu kaufen. Am besten rückwärts reinfahren. Ja, ach nö, ich lass das mal mit dem rückwärts fahren. Hab da nicht mehr so ein gutes Gefühl gerade. Mit wer, hau ab hier. Komm, geh weg. Und der fliegt ganz genau auf mich auf. Ach, scheiße. Wie ist denn so die Flak? Mal gucken. Und tot. Nope. Haha. Ich ein Flieger abgeschossen bisher. Träumchen. So, von da aus müssen wir rechnen. Oh, Miss Sui ist da. Der wird mich gleich mit Radar aufmachen, oder? Das ist aber unangenehm. Der Flieger hat er vor allem rein. Scheiße. Ach, hätten wir auch nur ein CV. Gegner soll neben der Miss Sui sein. Hier irgendwo. Irgendwo da soll was sein. Guck mal, wie wir die Flak ausmachen. Alter, ich wobble hier die ganze Zeit an dieser scheiß Insel fest. Danke, Unterwasserwelt. Danke, Unterwasserwelt. Ich liebe es. Torpedos. Torpedos. Das ist so toll mit dieser Unterwasserwelt für U-Boote. Ja, Miss Sui hat da Radar. Da würde mich jetzt treffen. Super aggressive Miss Sui. Machen wir erstmal weg. Das bringt jetzt hier nichts. Die würde nicht so schnell sterben. Wir müssen gucken, dass wir unseren 12er Torps hier eben was machen. Mit wer hat sogar die Dings rüber gesetzt? Da spielen die Divi. Ach, die spielen die Divi. Yamato und Bungo auch. Ne, Moment. Miss Sui ist gar nicht in der Divi. Blödsinn. Yamato und Dings. Lieber ein bisschen anders positionieren. Nicht, dass uns der CV jetzt zufällig nochmal findet. Der weiß auch unsere letzte Position. Wir müssen ja kein Risiko eingehen. Es gibt keinen Grund, hier ein Risiko einzugehen. Und wenn Radar kommt, kommt Radar. Kann ich auch nicht ändern. Klopp, klopp. Und ich cap wieder. Schön. Ering ist rausgefahren. Sauber. Und die Miss Sui ist wieder reingefahren. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Dö, 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 dö. Ich kann mir überlegen, rauszufahren, um B erstmal zu holen. Oh. Und die Miss Sui rum. Ganz langsam, wa? Mensch, zehn, olle Sekunden fehlen. Das ist ärgerlich. Torp, einfach nochmal. Torp, einfach nochmal in der Richtung. Warum nicht Torp mit Gering war zuletzt da. Nächster Gegner. Da ist immer noch die Miss Sui. Torp, einfach da auf der Ecke irgendwas zu treffen. Das ist die Midway. Midway offen, okay. Ach, der ist doch auf der Seite jetzt. Shit. Mishuri, Mishuri. Einfach durchhalten. Brenn, DC down. Das ist gut. Einfach hier durchhalten. Und ich bin durch Flieger offen. Das ist ein Problem. Welche Flieger haben mich denn bitte gerade gespottet? Bin ich gerade blind gewesen? War der CV gerade über mir oder was so toll? Wer hat mich da gerade gespottet? Wurde gerade eben gar keine Flieger gesehen. Das ist jetzt blöd. Jetzt kennt er meine Position. Ich hätte schon längst B-Cappen können. Ach, scheiß auf. Ich hau ab hier. Das wird doch so nix. Das wird doch so nix. Kommen wir zu B. Mishuri bleibt ja einfach am Leben. Und das ist super nervig. Der ruttert nix. Kommen wir da nicht rüber vom Winkel? Jetzt kommen wir rüber. Fix die Mishuri mit runterballern. Yeah, keine Null-Damage-Runde. Der muss sterben, der muss sterben. Einfach abfackeln. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Und er brennt. Schön. Ja, Jatte. Guck dir mal die Nachleidzeit an. Was man so im Vergleich zu dem, was so eine Shimakase nachlädt. War schon ganz geil. Da ist online. Jetzt kommt es aber zu spät. Okay. Drücken wir jetzt wieder rein. Cap holen. Cap holen. Cap holen. Cap holen. Mit Bungo. Brifo. Jetzt nicht mir auf den Sack gehen hier, bitte. Jetzt nicht mich ärgern. Na, Bulli, cap doch endlich B, Mann. Du stehst die ganze Zeit da. Will er zu mir? Ah, er will zu mir. Der will zu mir, der will zu mir. Müssen wir hier im Moment hier mit den gierigen Tops rechnen. Nächster Gegner soll da sein. Es wird schon wieder blockiert. Jetzt ist die Gierigen da reingefahren. Ah. Anstrengend. Das Round ist anstrengend. Flop. Bungo, Bungo, Bungo. Bungo, Bungo. Napoli fährt endlich rückwärts in B rein. Dankeschön, Dankeschön. Wir sehen nichts mehr. Doppelkill von dem Michelangelo. Haaland und Thresherdown. Schön. Thresher. Thresher. Der Kami ist hier noch. Lauter so eine Topsis. Ah, der nächste Gegner soll geweimt. Kurz da. Das sind ja lauter Topsis. Das wollen die alle hier. Hauptsie? Nee, Topsis. Ah. Das Round ist anstrengend. Ja. Huch. Mann. Mein Mikrohauter und dauernd ab. Wollte ich jetzt rausfahren. I just timing. Ich würde mich gerade kurz umpositionieren. Jetzt sind echt beide in dem Moment rausgefahren. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Jetzt findet der CV mich hier gleich noch zufällig, ne? Glaube ja. Ja. Er hat mich gefunden. Scheiße. Kita, kita, kami. Kita, kami. Wird wieder blockiert. Kita, kita, kami. Torpedo-Nachlad-Booster wäre schon wieder ready. Hier kommen die ersten Tops. Torpedoes on the left. Torpedoes on the right. Ayoshino. Hm. Wo war er da noch rum? Kita, kita, kami. Kita, kami. Kommt noch mehr Torps. Mitweg kommt wieder an. Da ist die Giering. Ist schon auch schon wieder getorpt. Der CV nervt ganz schön. Hat das schon einer gesagt? Ich glaube nicht, ne? Nicht dichter ran, nicht dichter ran. Er weiß nicht, wo ich bin. Alles gut, alles gut. Nicht geortet. Alles schick, alles schick. Hinter mir sie rauden. Und ich bin durchfliege offen. Ach, weil er von der Seite jetzt angreift. Ach, Scheiße. Mensch, kann der mich nicht mal in Ruhe lassen? Als ob es sich keine anderen Ziele gibt in diesem Scheiß-Spiel. Boah. Oh, Alter. Ist das nervig, meine Fresse. Giering, giering, giering. Giering, giering. Oh, drücken. Flack, 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 flack. Oh, drücken. Flack, 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 flack. Torpedos von der Kita. Torpedos von der Kita. Und nochmal 4000. Und wieder Antrieb im Arsch. Und wieder Torpedowerfer. Dankeschön. Nicht böse gemeint als Kritik gemeint. Aber das Spiel sowieso deutlich schlechter als da. Wäre es nicht besser gewesen zu spotten und den Gegner des Käpt'n. zu lassen. Die hatten ja schon den C-Capt. Unsere Leute haben mit C halt zurückgecappt. Genug die Idee. Wird der mich? Au. Halt mich bestimmt nicht. Boing. Und wieder Sachencapped. Danke, Midway. Macht ganz viel Spaß hier. Macht super viel Spaß. Ganz tolle Runde. Hätte man theoretisch machen können, dadurch, dass ich den blockiert habe. Aber punktetechnisch. Ich meine, wir fühlen ja jetzt sogar gerade. Sieht ja gut aus. Greppen. Alles bitte mal heil machen. Dankeschön. Wollte ich jetzt halt machen, wie ich Bock habe, ehrlich gesagt. Und ich wollte es eigentlich blockieren. Und nebenbei ein bisschen mit den Tops arbeiten. Dass da draußen ein wird. Unsere fahren von A alle komplett weg. und haben überhaupt keinen Bock zu kämpfen. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht mit gerechnet. Das ist eine völlige Abschlachtrunde hier. Dreier Jäger Divi. Okay. Das siehst du auch nicht oft. Wie lange machst du noch? Lohnt es es noch, dich anzuschreiben? Mach doch einfach. Wirst du ja sehen. Toxic Divi. Oh ja. Es ist ja mal extrem. Okay, let's go. Willkommen beim Special. Vielleicht haben wir ja jetzt eine Runde, die ein bisschen mehr Spaß macht. Vielleicht, vielleicht. Wo wir auch mal ein bisschen was sehen vom Schiff. Und weder ballern, noch konnte ich die Torpedos-Info einsetzen. Die ich mit Torpedos treffen konnte, sind alle weggefahren. Und die ich beballern wollte, der war sofort tot. Aber hey, zwei Kills immerhin. Wie? Können wir probieren. Können wir probieren. Makasa, Hayate, Halland. Boah, Halland hat die schnellen Tops. Mal gucken, mal gucken. Ich bin geordnet sogar schon. Wie versenkt die Jäger-Divi in drei? Sehr wahrscheinlich, ja. Die werden da alle drei gleich krepieren. Das sehe ich auch. Das sehe ich auch. Theoretisch müsste einer jetzt hier auf die Ecke fahren, einer da und einer hier in der Mitte ergehen und dann von allen Seiten mal Torben. Problem ist bloß, dass sie da auch noch die ganzen Inseln haben. Also viel schlechter hätten sie mit ihrer D-D-Divi-Torpedi-Divi gar nicht spawnen können. Ab Radar. Siehst du, haben die Gegnerradar. Radar, theoretisch Radar. Mehr Radar ist nicht da. Zwölf Kilometer Radar von der Stalingrad. Das ist eine beliebte Stelle da bei der Stalingrad an der Seite. Na, mal gucken. Mal kicken, mal kicken. Andere Seite hat gar keinen Spot. Absolut richtig. Andere Seite hat er bloß zwei Schiffe. Ist das Dove an der 3er-D-D-Divise? Sollte die auch nicht spielen. Das ist gar nicht gut. Oder euch wenigstens aufsplitten. Aber das wollen sie nicht. Das wollen sie nicht, das wollen sie nicht. Warum sind da zwei Jäger gegen Hayate und Halland gematcht? Keine Ahnung, weil das Spiel uns hier im Mittelfinger zeigt gerade. Ich soll keine vernünftigen Runden kriegen hier mit meiner Hayate. Willst mal zeigen, was bei dem Schiff sich alles verändert hat. Achtung, auf der Seite ist einer dran. Nächster Gegner soll da sein. Dann ziehen wir uns mal in die andere Richtung hier weiter zurück. Wir theoretisch gleich abhauen können. Und Vincent, da ist die Iowa. Da ist eine Brindisi. Saugefährlich jetzt hier, wenn jetzt hier ein Radar kommt. Oder ich gespottet werde vom DD. Wupp. Die Toss kommen hier. Gruselig. Gruselig, gruselig. Jetzt sogar weiter runter. Der ist jetzt schon hier auf der Höhe. Ich bin völlig überfragt, was zum Teufel da ist. Wird ich völlig überfragt. Man, nun lad doch mal nach die Tops. Das dauert aber auf. Mal raus, die Tops. Vielleicht treffen wir. Iowa fährt schon zurück. Das ist Jäger 8-9. Genau den habe ich da gerade gesehen. Interessant. Wir haben den Cap geholt. Hier kommen Tops von links. Können die Edgar Tops sein? Muff ist schon halb tot. Muff, du bist ganz schön mutig, ey. Sag mal, wolltest du Nebel? LOL, Alter, sag doch vorher was. Hat er was geschrieben? Fahr doch nicht einfach hinterher. Ich will meinen Nebel jetzt nicht für dich genutzen. Ich will ihn selber nutzen, Mann. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Wenn ich auf sowas nicht reagiere, dann habe ich es nicht gesehen. Ach, tut mir leid. Wenn ich eine Dings-Szene, Mino, denke ich immer, die hat Nebel. Da denke ich nie dran, dass es irgendwie Radar haben könnte. Scheiße. Habe ich doch. Ja, aber wenn ich nicht antworte oder darauf reagiere, dann gehe ich nicht davon aus, dass ich das mache. Dann musst du doch sofort dran denken, dass ich eventuell das gar nicht mitbekommen habe. Flop, das Nebel, Flop. Bitte, 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 da nie von ausgehen. Wohl aufgepasst, erst mal die andere zusammen machen. Wenn ich nicht darauf reagiere, sei das doof, wenn man nicht im TS spielt. Mal gucken. Edgar fahre ich jetzt nicht hin. Hayate ist da. Einige Jäger ist schon tot. Ja, sehr gut. Einige Jäger ist schon weg. Natürlich ist das nicht gut. Brindisi, fast das ganze Schiff verloren. Brindisi hat das Schiff verloren. Down. Los, die Topsies. Findet irgendwas. So eine Edgar. Fit mir die Edgar. Hat umgeschwenkt. Gegner ist drüber, hier dichter dran. Irgendwo hier auf der Flanke. Bleibt mal schön hier. Jäger. 2-3-3. Komm, meine Salve. Schön gemacht. Boom, Edgar. Down. Schönes Ding. Schönes Ding. Und Muff auch down. Ja, Muff. Was machst du da? Boing. Ach Muff. Was los? Was machst du denn? Woll heute nicht. Nö, bei mir auch nicht. Warte, Edgar Kill war schön. Es hat Spaß gemacht. Lillam auch down. Sonst machen wir es beim nächsten Mal nochmal. Wie wäre es, wenn man mit ins TS dürfte? Nein, verboten. Verboten, verboten. Das war jetzt natürlich super ärgerlich, dass er die Tops jetzt mitgenommen hat. Na, na, na. Das Jäger. Hi, Jäger. Hi, Krodo. Dann kann ich mir mal zeigen, wie man mit dem Ding so ein bisschen ballern kann. Boom, boom, boom. Ah, Motorboost. Schnell fälschen, dass wir den Tops schnell wegfahren können. Der bleibt auf jeden Fall offen. Da kommen die Tops. Hätte ich mal den Motorbus gezündet. Hätte ich mal den Motorbus früher gezündet. Au, der ist leider reingegangen. Autschi, bautchi. Der ist auch reingegangen. Fuck. Scheißschneid, Tops. Du Glück machen die nicht so viel Schaden. Boing, boing. Und weg ist er. Schön. Habe leider zwei Tops mitgenommen. Aua, aua, aua. Das tat weh. Die Tops taten weh. Die taten richtig weh. Als ob auf 20 Kilometer trifft mich die olle Sau noch. Du willst mich doch verarschen. Die habe ich nicht mal kommen sehen. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Bittu war sogar an. Ja, ich habe mich auch gewundert, Muff. Die waren ewig lange zu sehen. Dass du da gar nicht reagiert hast. Ist schon spät. Ist schon spät. So, Edgar rausgenommen. Dings rausgenommen. Jetzt haben wir noch eine Hayati hier vorne. Nehmen wir als nächstes raus. Theoretisch, praktisch. Flop, flop, flop. Aber kein Leben jetzt mehr. Scheiße, ich starte gerade selber mit dem Brand. Das wäre jetzt zu viel. Leider keine Heilung. Passiert mal. Ja, ja, passiert allen. Da könnt ihr auch bei den Besten, der Besten, der Besten zugucken. Selbst denen passiert das mal. Macht euch da keinen Kopf. Das kann einmal passieren. So, Rebo da hinten. Hm. Hayate, hayate. Fässer raus. Ne, breitet sich nicht weiter aus. Der steht immer noch da an der Stelle. Pid- und Nachladebooster wäre theoretisch gleich ready. Wird nicht geordnet. Wie cool haben wir jetzt? Ah, Gott, da ist er. Da ist er, da ist er. Und ich bin noch offen. Ich muss ihn offen halten. Muss hier mal Risiko spielen. Hab die Geschütze aber nicht gedreht. Hab daneben geballert. Das ist schlecht gerade. Hab getroffen. Hab genau gleich vorgehalten. Dann einschieß, Beste. Und er ist tot. Yes. Boing. Aha, cool. Cool, cool, cool. Ich mag das Ballern mit der Hayate. Macht Spaß. Damage kommt auch gut bei rum. Warte mal, Stalingrad, ne? Ob es ging da lang? Mit Radar rechnen. Staling, Staling, Stalingrad. Und Jäger down. Was ist die letzte? Ne, eine haben wir noch. Da haben wir da drei Jägers drüben. Und die kriegen das nicht geschissen. Da irgendwas sinnvolles zu machen. Macht Kragen da, ne? Aktiviert sich die Yamamoto Heilung. Gut, mach ich. Gib mir einen Moment. Gib mir mal einen Moment. Geht gleich los. Und jetzt hätten wir den Tops ready. Sind theoretisch 20 Tops im Wasser. Aber auf wen ist die Frage? Repo wird bestimmt wegdrehen. Anji ist das Beste. Jaja, ist doch. Ich hab genau gleich vorgehalten. Ich hab nichts verändert. Genau in die gleiche Stelle gehalten. Erst geht gar kein Schuss rein. Auf einmal machst du danach, der hat irgendwas mit 2000 Schaden. Ne. Warum ist das auch so schwer mit dem Vorhalten? Viele wollen immer, dass man das erklärt und Tipps dazu geben. Das ist alles Gefühlssache und ANG. Kann dir hundertmal mit dem Shikishima auf fünf Kilometer auf dein Schiff schießen. Bei diesen hundertmal sind bestimmt Salven dabei, wo alles komplett daneben geht, obwohl das Schiff so super genau ist. Klingt komisch, ist aber so. Iowa down, schön. Generaloffensive. Repo down. Hau rein, Repmo. Bis zum nächsten Mal. Lass sie gut gehen. Bleib gesund. Halland. Hallo, Halland. Hallo, Halland. Hallo, Halland. Und Vincent kommt da mit in Gefahren. Wer liebst noch dichter gefahren, aber der würde eh gleich wegdrehen. 2.100. Oh, der lenkt sogar her. Halt ihn einfach am Leben. Halt ihn einfach am Leben. Schöne Salve. Oh mein Gott. Der hat ja schon auf mich getorbt. Oh mein Gott, hab ich entspannt. Und hab ihn. Oh mein Herz. Oh Gott, Alter. Herzrhythmusstörung. Alter, da ist mir kurz das Pferd stehen geblieben. Da toppt er mich. So in der Scheiß-Arsch-Ruhe. Oh ja, da ist einer im Nebel. Mal hin toppen. Hab ich ein Schwein, ey. Noch mehr tobs. Geht doch, Herr Krado. Ich sehe, ne. Im Stock gleich ist er. Easy round. Easy round. Easy round. Oh, ich baue noch zwei Kids. Moment, einer sterben. Danke. Pops, links nochmal aufgebessern. Wincy, der ist gleich wieder zurück abgehauen. Ich schiebe das noch irgendwo. Das ist doof. Gefackelt. Eins, sieben. Eine schöne Kombination aus Torpedos und Hauptwatterie. Hier die Hayate. Es fehlt bloß die Hydro. Die Sicherheit der Hydro fehlt. Was man öfter mal spielt, um ein besseres Gefühl dafür zu entwickeln. Na, 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 na. Und man nicht hier freundschen. Ach, scheiße. Ich klaue sie jetzt an. Okay, ich klaue. KS-Leiter. Bäh. Oh, oh. Oh, oh. Flieger von der Rauden. Oh, oh. Kommen wir noch mehr tobs? Oh, oh. Oh, 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 oh. So, die spotten nicht die Flieger als schick. Kops sind da. Muss man ganz schnell ein bisschen Abstand gewinnen. Nicht, dass die Schima mich gleich aufmacht. Al-Johan down. No luck or skill. Genau. No skill or luck. Oder wie war das? Irgendwie so gegen der Spruch. Irgendwie so. Nächster Gegner ist hier. Also, die Schima ist nicht auf 10 Kilometer dran. Der muss weiter hinten stehen. Wir führen punktetechnisch. Wir führen killtechnisch. Es ist alles gut. Huh. Ich will nur bestätigen. Für mich ist das schwerste Ziel, wenn ein Schiff stillsteht. Dann kann froh sein, wenn eine Granate trifft. Ist wirklich so. Oder wenn einer vollen Mörderbreitseite zeigt, im perfekten Winkel vor dir steht. Dann wirklich zu liefern. Dann wirklich mal das halbe Schiff wegzurotzen. Was machst du denn, wie ich da vorhin mit dem einen? Was habe ich da gespielt? Hier die Sun Yat-Sen. Da hat er auf der Seite 4.000, 5.000, volle Breitseite. Er dreht weg im beschissensten Winkel. 15.000. Das war auch so ein Moment, wo ich mich gefragt habe. Hey. 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 Genau so habe ich mich das gefragt. Eine Menge. Hey. Oh. Torps an. Smoke in the water. Hütsch. Hüpp. Hach. Die klaut. Nein. Hätte mal früher nebeln sollen. Ich bin mal zu sehr auf Torps hier. Einfach früher nebeln. Sehr geil. Schöne Runde. Das hat Spaß gemacht. Bisschen besser als die davon. A little bit besser. Das hat Laune gemacht. Nice, nice. Und sorry nochmal am Maff, dass ich das am Anfang nicht mitbekommen habe. Das habe ich überhaupt nicht gelesen. Wenn ich in den Twitch-Chat lese. Und wenn ich nicht darauf reagiere, was ihr in dem Divi-Chat schreibt in der Runde. Dann geht davon aus, dass ich es nicht gehört habe. Normalerweise hätte ich darauf reagiert, hätte ich es gesehen. Hätte gesagt, ja, alles klar. Ich setze da den Nebel hin. Ich setze ihn hier. Und irgendwie hätte interagiert. 2080 Grund-DP. Schöne Runde. Die Jäger 14.900 gerückt. Scheiße, wie die zwei Torps mitgenommen haben. Die waren so überflüssig. 13.5. Und dann noch die Hauptbatterie von der Stalingrad. Das tat richtig weh. Die Jäger hatte sogar ein bisschen geballert. 4.4 plus der Brand. War ärgerlich. Ja, wo sehe ich eigentlich? Hier waren mein Twitch-Container-Ready. Das siehst du im Twitch-Inventar. Da kannst du das sehen. Malteser, danke für deinen Sub. Dankeschön dafür. Hayatte 1700 gedrückt. Dann nebenbei ein bisschen raufgeballert. Viel wichtiger war da aber das Spotting. Die Hayatte, das Leben, was er da noch hatte. Die 1100. Er hatte ja bloß noch 3K irgendwas. Durch das Spotting haben wir ihm halt auch ordentlich reingedrückt. Sonst die anderen Schiffe des Spottings waren nicht weiter wild. Aber die Torpedos auf Edgar waren schön. 39.000. Zwei Treffer weg war die Edgar. Der wird richtig gekotzt haben. Hat auch keine Hydro an. Und die Haaland haben wir halt auch schön zusammengeballert. So, macht's Spaß. Der hatte sich mit der Jäger angelegt. Durch unseren Smoke waren wir safe. Also der Spielstil der Hayatte hat sich verändert. Die Offensive ist deutlich besser geworden. Dankeschön Ultramarine fürs Mitkommen. Komm, ein Röntchen machen wir noch. Und dann werden wir das fortführen im nächsten Stream. Oggi nicht mehr da? Oggi, Oggi, Oggi war sein Name. Nope. So, dann kommt der Fruchtzucker mit. Ja, Mondneuer. Belohnung abholen. Geil, ne Tarnung. Wupp, wupp. Total cool. Oh, ich kann noch ne Belohnung abholen. Ja, Belohnung abholen. Geil. Okay. Rina. Und jetzt geben wir noch einen super Container. Komm. Meine schöne Null-Damage-Runde vorhin. Bäm. Nichts, Christian. Ich bin grad in der anderen Runde. Tut mir leid. Alles gut. Muss ich nicht entschuldigen. Variiert ja auch immer stark, wie viele Leute ich jetzt hier mitnehmen kann. Oder besser, wie schnell das manchmal geht, hier mit durchklicken. Django ist als nächstes dran. In Fruchtzucker. Ja, guck, dachte ich mir schon fast. Fruchtig. Fruchtzucker. Ah, er hat schon so fast Klick gemacht bei mir. Ah, nur fast. Lauria sieht man ja jetzt auch durchgehend im Rank. Haben die die auch gebufft? Nö. Ah, die ist allgemein stark. Jetzt in mein Review damals geguckt. Und mein Special. Hättest du gesehen, dass die die Offensive, die hat ähnlich Damage-Möglichkeiten wie die... Shikishima. Mit 20, 30 Treffern hast du mit der Lauria ganz schlimmer 100 bis 150.000 Damage. 100k-Kradumus-Fossil-Getan-Auswählen. Nix, da aua ab. Hilfes mitnehmen, die Hayatte ist schon saustark. Oh ja. Saustark geworden. Ich hab's immer selten gespielt. Erstmal wegen Tarnwet 6-1. Nicht so geil. Gibt's halt viele, die einen besseren haben. Und halt, weil du keinen Nebel dabei hast. Ich hab ja immer die Torpedo-Nachlade-Booster mitgenommen. Und ganz ohne Nebel war's halt dann immer ätzend. Du warst dann immer benachteiligt. Sobald ein CV dabei war. In den letzten Wochen, muss ich sagen, unglaublich viele CV-Spieler. Norka oder Kansas Reihe, was sagt ihr? Norka erstmal. Erstmal Norka. Kennen sie später. Der Norka musst du viel mehr Breitseite zeigen. Echt, Norka sei schon. Mit der Kansas musst du viel mehr Breitseite zeigen. Norka ist deutlich einfacher vom Spielstil her. Da würde ich erstmal die Norka spielen. Iowa ist ein traumhaft geiles Schiff danach. Achtung. Nicht das Nachlademodul mitnehmen. Nachher auf T9 bei der Iowa. Sondern das Genauigkeitsmodul mitnehmen. Spielt sich das viel besser. Beim Achter geht's ja noch nicht. Also ein normales Standard. 0815-Skillung. Z-44. Shimakase, Dolana. 6-1. 5-6. 6-1. 5-9. 6-1. Sok jetzt 7-9. 5-5. 5-9. Yogumo könnte die halt aufmachen, ohne selbst aufzugehen. Aber alle anderen machen uns gegenseitig auf. Das ist nicht ganz so schön. Üble Runde. Radar. 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 Kein Radar. Eventuell Radar. Nee, hat Hydro mit. Äh, Nebel mit. Hydro. Dings. Drei Radarschiffe gegen eins. Ich hatte was Buff. Hä? Buff, yes. Yes. Smoke. And reload. Booster. Boop. Boop. Prelude Booster mache ich natürlich. Ich kann C. Brauche ich nicht mal anfangen hier. Hardcakes, danke für dein Raid. Willkommen an all die, die euch eingeschaltet haben. Willkommen, willkommen. Viel Spaß hier bei uns. Ich mache gerade ein kleines Hayat-Special. Eine Nuller-Runde geschafft. Eine Runde mit 10k Damage und zwei Kills. Und dennoch eine richtig geile Runde gerade. Danke, Cilien, dass du geantwortet hast. Bei mir ist es gerade ein bisschen schwierig mit Antworten. Kann ich nicht ran. Bei drei Radarschiffen, das wird überhaupt nichts. Gucken wir schon die Torps. Dolanas hier. Also die schnellen Torps. Ich würde gern was machen. Ach Gott, hier saß auch noch Flieger. Bläh, Gott, manch. Was ist denn das hier? Jedl ist theoretisch da. Es startet schon mal Hydro, das ist gut. Was ist hier alles? Was ist hier alles? Bin nicht geordnet. Er steht da genau an der Ecke irgendwo dran. Da wird geballert. Nur sieht ihn gar keiner mehr. Der hier war sogar noch zu weit weg. Kann Anna vielleicht auch spinnen? Die, die, die? Zuma. Bäh, die, 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 die. Das hier in Nepal ist. Ja, das hier in Nepal ist. Scheiße. Annapolis, Annapolis. Achse, Police. Bin wir unsichtbar? Sorry, Nepal ist so nicht. Hab ich ein Schwein. Bitch. 1000. Und nochmal 1000. No, war doch nett. Hab ich ein Schwein, der nicht geballert hat. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Das ist aber, ich kann hier weiter gar nichts machen. Wir lassen mal CC sein hier. Danke, dass ihr mir da helfen wollt, aber das wird hier nichts. Mit der Annapolis da, wenn der seinen alter Teamfeuermodus da in mich reinballert, das wird nichts. Da gucke ich lieber, ob ich von der Seite hier die ein bisschen ehren kann. St. Vincent da hinten. Ich meine, sie wissen nicht, dass ich abgehauen bin. Sie könnten noch theoretisch die ganze Zeit denken, dass ich noch da beherzählt schon. So viel dazu. So viel dazu, so viel dazu. Mach ich den auf? Natürlich nicht. Tarn wird es nicht. Shit. Ich kann ja auch nicht durchtoppen. Mist, Mist, Mist. Kistage will hier hoch. Warum will die Kistage hier genau zu mir jetzt? Och nö. Och Kistage, nicht jetzt wirklich. Selbst wenn kein CV dabei ist, gehen die die CV-Inhalte auf den Sack. Ein Kutzing. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Jo, jo, jo. Und wir wieder auf dem... Oh, drücken. Fluck, 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 fluck. Fluck, 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 fluck. Und aus. Mach wieder zu. Nutzt der der Scheißding jetzt bloß zum Spotten? Ne, jetzt will er angreifen. Also hier bei B gewinnen wir keinen Blumentopf. Da fehlen die passenden Gegenschiffe. Auch ein Elfer. Ja, da hinten die Dings. Z44 ist schon da und das ist gut. Oh, anstrengende Runde, sehr anstrengend. Bei meinem Glück fahre ich gleich noch in die Halland-Torps rein, äh, die Dorlana-Torps. Der Kaser soll da auch irgendwo sein. Müsst ihr in Neppelis theoretisch aufmachen, damit... Ah, da kommen die Torps. Annapolis, Annapolis, fährt gleich wieder in Sicherheit. Bis wenn ich da jetzt ran verziehe, kämpft sein Radarschuh gleich wieder ready. Keine Schnitte. Die Kombi können wir leider gerade nicht besiegen. Sehr ärgerlich. Oh, scheiße, S.E.G. hat so viel gefressen. Ärgerlich, ärgerlich. Nächster Gegner ist hier. Dorlana ist offen. Ach, Kacki. Dorlana, Dorlana. 2, 3 reingedrückt, schönes Ding. Dorlana, Dorlana. Das war jetzt nicht so geil, Dorlana, ne? Hat der mir gedrückt, ey. Er hat mit drei Türmen ist ganz schön übel. Nichts anderes ist nicht Dorlana. Allerhand mit drei Türmen. Ist so doll Gas geben, gerade. Ist so doll. Der Leben hat überhaupt runtergegangen, ich glaube nicht. Bam, 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 bam. Okay, keine Ahnung, woher gefahren ist. Schade, ist nicht gestorben. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Er hat gegengehalten. Ah, ja, deswegen. AP-Moment. Ja, ja. Du mich auch, du mich auch. Okay. Aber der kann nicht mehr viel haben. Der kann ja überhaupt nichts mehr haben. Aua, aua, aua. Ein Gun-Duell mit der Dorlana? Schon übel. Dorlana fährt da lang. Wir würden genau zeitgleich aufgehen. Bongo ist da. Neppeles steht jetzt da drüben. Der ist halt hier weg. Und versuchen die mitzuholen. Achtung, Torps. Ja, den ist halt so. Die Neppeles ist dichter dran. Dorlana ist weiter weg als 80 Kilometer. Der ist down. Ach, du Scheiße. Trifft er mich echt, Alter. Wie viel Pech kann man immer haben? Als ob, Alter. Der hat nicht mehr Funkordnung. Der hat jetzt einfach irgendwo hingeschmissen. Und ich fahr da genau rein. Wie viel Pech. Wie viel Pech kann ein Mensch eigentlich immer haben? Die Topps finde ich aber auch alle, ey. Mann, so was ärgerlich ist. Und mal fährst du? Du fährst rückwärts. Gut. Neppeles auf 8,5. Pech, du bist der Krado. Das ist, das ist absolut. Und Radar geht an von der Neppeles. Ach, Scheiße. Annapolis, Annapolis. Ich hasse dich. Annapolis, Annapolis. Annapolis, genau die. Ja, da ballert die Dings wieder, Dorlana. Nichts, ja. Wollt er mich cool runterballern. Nicht mit deinen schönsten Träumen. Und Vincent guckt mich nicht an. Das ist gut. Und Radar. Da sind wir raus aus der Reichweite. Und wieder rückwärts ranfahren. Ein so ein Radarschiff richtig gut gespielt. Ne, das ist so ein Hardconter hier auf der Karte. Übel. Übel, übel, übel. Schade. Da habe ich bewusst die Bungo jetzt, wo ich bin. Bestimmt, weil ich das im Stream gesagt habe. Er hat bestimmt mitgehört, da die Annapolis. Bestimmt mitgehört. Oder er hat einfach so drauf gedrückt. Um einfach mal zu gucken, wo alle sind. Da ist die Dorlana. Leben hat er noch. Hat bestimmt jetzt wieder geheilt. Wow, die ist nicht mehr aufgegangen. Dazu. Hätte ich auch die Kita geballert haben. Stellen Sie uns mal so auf, dass wir es theoretisch sehen könnten. Wenn einer ballert. In Torpedos kommen, brauchen wir bloß Gas geben. Ich stehe safe. Warte, er erläutert wieder seine Verschwörungstheorien. Genau, Ashita. Will den nicht ernst nehmen. Will den nicht ernst nehmen. Wenn ich irgendwann auf Telegram bin und da rumschwurbel. Dann könnt ihr das gerne machen. Dann könnt ihr das gerne machen. Hallöchen, Kita, Kasse. Hallöchen, Hallöchen. Hitsch. Wird er weiter? Ne, das... Haben ihn getroffen. Der ist kein zurücksetzen wollte hier. Dachte ich zumindest, dass sie Kita-Kasse... Komm nicht rüber mit dem Fortentürmer. Ich kann doch nicht weiter vorfahren. Hitsch. Ich dachte, die eine Salve, die gerade neben mir reingegangen ist, das ist von dem Schlagschiff, aber das war meine eigene, die die Insel getroffen hat. Hitsch. Hitsch. Vincent Down, sehr schön. Hitsch. Komm, Kita, du stürb endlich mal. Machst du nicht so kompliziert hier für alle. Stürb. Dankeschön. Nice. Oh, die Kita rausgenommen. So, macht Spaß. Hey, Bongo. Bongo, Bongo. Boing, boing. Boing, boing. So, ihr seht, die Vorzüge des Nebels, glaube ich, ganz gut. Sieht man, glaube ich, ganz gut gerade. Brenn doch nochmal, Bongo. Brenn doch vorne oder hinten. Irgendwo, komm. Brenn denn. Hinten kann es auf jeden Fall noch brennen, das weiß ich. Komm. Brenn, brenn, brenn. Nope. Tief durchatmen. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Für eine Runde. Für die D-Ds geärgert. Dolorna hat fast alleine getötet. Die, die Kidakazu gerade fast im Alleingang weggeballert. So, macht Spaß. Komische Position für eine Bongo. Ja, das ist wohl wahr. Wie in einer unserer ersten Runde heute. Die, die, oh, was war das? Yamato? Ich weiß nicht mehr. Das ist ein Schlagschiff, japanischer Schlagschiff, was da reingefahren ist in die Mitte. Wo der Nere den auch so verteidigt hat. Der sich da völlig weggeschmissen hat, der da instant gestorben ist. Und, ne. Lukas nimmt keine Tops mit. Das ist gut. Satsuma, Satsuma. Rein, nur mit der Hauptbatterie hat sie schaden gemacht. Tops wollte nicht. What? Oh, die Schieber ist noch hier. Easy to play, Superships. Die Yumi Hari war das genau. Der dachte da in der Mitte, yeah, pushen. Hat ihm nicht so gut gefallen dann, als er gewoneschottet worden ist. Ne, mit so einem Schiff mal gibt es halt überhaupt keinen Sinn. Immer, Schieber, Kasse. Was für ein Hardestuell? Da muss ich hoffen, dass die Schieber auf mich zufährt. Und sich schön wegballern lässt. Bin sogar schon spotted. Mehr dafür, dass so ein Warnschrei kommt, wenn man selber spotted ist. Kannst du mal ganz anders fahren. Sättet sich's weiter aus? Ich seh's nicht. Keine Ahnung. Flop. Flop. Ganz schnell hier in eine andere Richtung fahren. Hauptsache weg von seinen Tops. Komm schon, lad nach die Scheiße. Flop. Flop. Aber was, hat er schon getoppt? Hat er nicht getoppt? Man weiß es nicht. Okay, weiter links. Der ist noch drin, der ist noch drin, der ist noch drin. Komm, geht rein, geht rein. Komm schon. Hoppsis. Jetzt ist der tot. Wieso ist denn der jetzt tot? Wieso ist der jetzt tot? Leute, nicht ein Torp hätte die getroffen. Wie hat da nicht ein Torp getroffen? Hm? Der hat ja eben noch fast volles Leben. Kleinfeier. What the fuck? Mann. Ärgerlich. Naja. Waren aber trotzdem gut dabei. Jo, 1789. So muss das sein. Das hat doch Spaß gemacht. Auch wenn die in Neppel ist. Auch wenn er nicht viel gemacht hat. Saunervig war mit dem Radar. Hätte ich am Anfang mich da anders positioniert, dann wäre ich sofort weg gewesen. Die Dorlana, die wir so schön runtergeballert haben, der hat sich sogar noch gut hochgearbeitet. Schön mit den Torps, alles schön geärgert. 20.000 Damage der Dorlana gedrückt. Der war fast tot. So ärgerlich. Jeder K so 15 viel gedrückt. Das hat geschmeckt. Und durch das Spotting alleine? Ne, war dies dazu mal. Ich dachte in DD. Weil die Kita hat nicht einer mit draufgeballert. Schade. Nett, nett, nett. Okay. Weiter geht's in der nächsten Runde. Und schon sind wir in der nächsten Runde, Hayatte. Mit dem Nere. Hi Nere. Hallo. Nere in der Sau. Oh, willst du die U-Boot-Ortung mal testen? Ich wollte dir eigentlich irgendwie helfen. Aber ja, ich kann auch auf U-Boot-Jagd gehen. Nee, aber du hast doch jetzt die U-Boot. Wir haben gestern mit der Venezia. Ich hab das völlig vergessen. Ich hab die einfach genommen, weil ich mir dachte, unser Tarn, der muss ein bisschen näher ran, so von der Reichweite. Er spielt DD, da kann ich vielleicht helfen. Aber ja, hat ja U-Boot-Ortung. Genau. 7 Kilometer, oder die von der Venezia hatte 7 Kilometer, hat deine auch 7? Meiner hat auch 7 Kilometer. Wir haben mehr Ortung als die meisten U-Boot jetzt, außer die Deutschen. Die haben 9, die anderen haben alle bloß 6. Ich hab's gestern geschafft, mit der Venezia in einer Runde 2 U-Boot rauszunehmen. Richtig geil mit der Ortung. Die wissen das halt alle noch nicht. Wenn die nicht gerade unser Patch-Notes-Video gesehen haben, können sie es ja gar nicht wissen. Zu geil. Da hat man dort, ich hab so gelacht. Das hat sich so gut angefühlt. Der nächste Gegner soll übrigens hier auf der Ecke. Da irgendwo sein. Jawohl, jawohl, jawohl. Damit ich schon Bescheid weiß. Haben wir irgendwie Radars? Mino eventuell, sonst eher nicht, ne? Seh kein Radar, nee. Könnt doch mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Dokument für die Skillungsempfehlung wird laufend aktualisiert. Ja gut, aber gestern war das Update. Es ist wahrscheinlich noch nicht aktualisiert für die HID jetzt. Genau, dann mach mal ganz entspannt. Es steht auch immer ganz oben mit dabei, auf der ersten Seite, oder auf der zweiten Seite, wann was aktualisiert wird und geändert wird. Oh, kacke. Hab was im Auge. Oh, scheiße. Hydro, Hydro, Hydro. Hydro? Z-52 ist hier. Oder Sherman. Oder Z, ja. Iiiiih. Bin jetzt entdeckt. Obso pusht der mich jetzt nicht gleich. Beide Leute gucken zu mir, ich bin wieder zu. Nein, nein, die mit weg kommt. Ach du kacke. Nein, mit weg. Nein, 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 nein. Nicht mich jetzt hier. Nicht mich ärgern. Ich bin jetzt wieder entdeckt. Nicht mich ärgern. Da kommen die Tops. Es sieht nach Sherman aus. Ja, und die mit weg kommt her. Ach, kacke. Press on faster. Und weg. Erlebt, Achtung, erlebt. War nicht vorwärts. War nicht vorwärts. Erlebt. Ne, 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 ich will rum, ich will rum. Da kommt SAP, das ist die Sherman. Ja, ich muss aber weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich weiß nicht, wie dicht er dran ist, aber ich muss unbedingt unsichtbar werden. Er ist noch eine Insel entfernt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Sherman und irgendwas da mit API von der Seite. Ach du kacke, ach du kacke. Oh, bin unsichtbar, bin safe, bin safe, bin safe. Kommt der CV gleich wieder an, dann bin ich wieder offen. Aber du kannst theoretisch nebeln, wenn du magst. Mach ich auch. Start the smoke. Start the smoke. Hier werden bestimmt gleich wieder Tops kommen. Oh, jetzt macht er mich genau auf. Oh, ärgerlich. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Mit, wer hat den Drop verkackt, da kommt seine Tops. Alles schön. Die Mino steht da auch an der Insel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ypsilon. Ei, 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 ei. Weil der Hydro hat, das war jetzt eigentlich Spaß nicht. Der hat doch Hydro, die Tops, wenn sie oder so nicht treffen. Boah, was ein Start. Das war ja unangenehm. Das war ja sehr unangenehm. Alter Schmiede. Man kann schnell hier ein bisschen Abstand gewinnen. Ich bin zwar rückwärts da jetzt rein, aber ich habe Sorge, dass die gleich wieder weiter torben. Mino könnte jetzt auch torben. Ah, ärgerlich. Richtig dober Start. Aber wir haben die Smolens schon da oben bei den Gegnern, immerhin. Mhm. Die Hayate besser als die Shima. Ich mag die rein Torpa. Ich persönlich spiele lieber die Shima und Yamagiri. Oder Halland. Eigentlich Torpa-Schiffe, da spiele ich jetzt aktuell immer die Halland. Die hat so ein bisschen den Rang abgeluchst, kann man so sagen. So, der ist lustig am Ballern. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Was hatten die Sherman für ihren Tarnwitz? Ob 6, 5 genau. Würde ich theoretisch von der Seite hier gleich mal aufmachen. Ach, scheiße, mit mir kommt schon wieder an. Das ist nicht gut. Und der hat auch die Mino noch neben sich. Mhm. Ehrlich gefährlich. Die gehen halt gar nicht auf. Sie haben halt Dauernnebel da jetzt. Sherman ist offen. Wer auch immer gerade die Baller... Oh, nee, wer macht die denn gerade auf? Macht denn gerade die Sherman auf? Irgendein Radar? Charlie, gerade Radar, macht ihn auf. Die Midway hat mich eiskalt gefunden. Der ist genau zu mir hingeflogen. Was ein Schwachsinn. Bist du geortet? Nee, bin ich nicht. Der ist einfach zu mir hingeflogen. Okay. Was ein Blödsinn. Und boom. Ha, ist er neben. Ha, ha. Ha, ha, Midway. Ha, ha. Chrom Guard is down. Verdammt. Ein Chrom Guard verloren. Hallo, für so war ich noch spottet. Da kommt der nächste Drop. Und... Ha, ha. Wieder ist er neben. Boah, Gott sei Dank. Und jetzt beballert mich die Sherman nebenbei. Meine Fresse, lass mich atmen. Oh Gott, oh Gott. So. Irgendwie überlebt. Irgendwie überlebt. Ärgerlich mit der Stalingrad jetzt. Sehr ärgerlich. Knie erobert. C. Hayate ist drin. Venezia haben die hier. Das ist ja alles. Das ist ja alles unsympathisch. Sherman wieder offen. Die Sherman, die er mir gerade angezeigt hat, oder soll neben der Sherman was sein? Was habe ich da gerade gesehen? Jetzt hat er umgeschwenkt. Hier rechts jetzt eher. Ich glaube, die Sherman ist raus oder fährt gerade weg. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nee, der ist im Nebel und ballert an der gleichen Position auf dem Sandor. Okay, aber das nächste Schiff soll hier auf der Ecke tatsächlich sein. Ja, und C ist ja was drin. Nee, bei B, bei B. Bei B. Neh mal Sherman links. Da. Der soll irgendwie dichter sein. Ich verstehe aber nicht, wie das gehen kann. Oder die Sherby sind jetzt weiter nach oben gefahren. Eine Hayate und eine Z. Oder das sind... Ja. Oder die Z ist da mit drin. Das kann natürlich auch sein. Puh. Anstrengende Runde. Anstrengend. Irgendwas blockiert noch A. Also entweder die Z oder die Z. Und da fährt jetzt gleich ein C rein. Ja, guck mal. Die Mino. Die Mino auch schon so dicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen wir jetzt hier Lustiges? Flop, flop, flop. Hauptsache nicht in die Hydro-Reichweite. Das hier Hayate. Oh, scheiße, das ist noch voll. Ich glaube nicht hilft die Rose-Welt da. Die ist ja noch voll. Ei, 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 ei. Der kann da, glaube ich, nicht so viel machen. Hauptsache überlebt. Ballert die Hayate, die Schima jetzt nicht einfach nieder. Hallo Mino Mino Tau. B wird blockiert. Punkte technisch noch ausgleichen. Wir haben zwei Kills. Hier wird die Gegner am einen. Noch geht's halbwegs, noch geht's halbwegs. Wenn wir die hier in der Mitte wegkriegen, dann haben wir ein deutlich entspannteres Spiel. Und Achtung, Montana auf J7. Was immer der da hinten macht. Und vor der Schima abgehauen. Ja, scheiße, Tops treffen nicht. Ach, ärgerlich. Irgerlich, ärgerlich. Hallöchen Ballau. Das ist doch alles ärgerlich. Wie ist der Gegner so hier sein? Und hat wieder umgeschwenkt. Der ist wieder rückwärts weggefahren. Schade. Pop, pop, pop. Probieren wir es nochmal. Da kommen die zwei Tops an. Ballau hält jetzt auf. Nobi TV grüßt. Uh, ist die Sherman. Brennt der noch? Ah, der brennt leider nicht mehr. Ah, und so brauche ich ihn jetzt auch gleich weg. Puh. War nicht gut. Hayate dauernd. Shima hat ihn weggetoppt. Schönes Ding. Aber Shima geht auch drauf jetzt an. Nein, der hat ihn auch noch. Der hat beide weggetoppt. Lol. Shima Kase loben. Dann nimmt er die Hayate und... Oh nein, die Venezia. Der Chibri hat die Venezia und auch. Äh, die, 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 die Shima noch weggetoppt. Oh, das ist ärgerlich. Schade. Das ist ja schade. Mist. Aber A ist, äh, C ist safe dadurch. Mhm. Immerhin, immerhin. Wird ist das weg? Ich glaube, sie sollen nicht in die Hydro-Reichweite fahren. Blop. Leute bei C, wat? Die langweilen uns zu Tode, schreibt er. Und... Wir haben hier so eine spannende Runde gerade. Ah, ich weiß ja nicht. Spannung, pool. Ich habe schon null Damage bisher gemacht. Richtig geile Runde. Ah. Na, machen wir die mal. Die machen das halt auf. Blop. Muss er anfahren. Anfahren, fahren, fahren. Fertig an. Oh, Leute, ich bin ja sogar zu. So geht es jetzt. Ich hab die ganze Zeit gespottet. Du bist ein Nibel. Schön weitermachen. Schön weitermachen. Richtig, guter Smoke. Guter Smoke. Richtig. Torps, komm. So, er hat all seine Torps rausgefeuert in unsere Richtung. Äh, ich glaube, die treffen mich sogar. Gut. Ne, das sind die Minotorps, die Dings-Torps sind schon vorbei. Denkt dran, AP-Moment in ihre... Ja. AP-Moment bei der Minotorps. Ditch. Oh, ich hab das Schiff nicht mehr getroffen. Okay, mach mit AP nichts auf die Breitseite. Gut, HE-Moment. Hab ich irgendwie mehr erwartet. Da hab ich irgendwie mehr erwartet. Schönes Ding. Oh, warte, warte, warte. Und er ist tot. Er ist tot, er ist tot. Wenn er nicht heilen kann, ist er tot. Jawoll. Oh, ein Glück. Nichts, der Gegner soll hier sein, die Z in die Richtung. Der Young nebelt mich sogar. Dankeschön. Der Torps von der anderen Seite. Achtung, gib Gas. Fahr rein. Ich geb schon Gas, ich geb schon Gas. Ich echt von hier beschossen? Die Z ist aber noch weit weg. Die müssen gleich aufhören, die Torps. Okay, cool. Das war cool, das war cool. So, weil ich glaube ich sonst... Warte mal, wie lang ist der Cooldau? Scheiße, der hat zwei Minuten. Aua. Ach, nutze ich die U-Boot-Überwachung? Wo ist das U-Boot? Bei A, ja. Ich hab keine Ahnung, wo das U-Boot ist. Der war schon ewig nicht mehr. Drück doch einfach mal. Ja, ach, okay. Warte mal, gibt es hier einen neuen Reiter, dass ich siehe? Ja, Einsatz A-Radius der U-Boot-Überwachung. Kann man sich auch anzeigen lassen. Cool. Eine weitere gepunktete Linie, die... ...bunter... ...fündig ist. Kann man sich anzeigen lassen? Aber wenn man H drückt, ne? Oder was meinst du? Äh, wenn man auf die Karte guckt und dann... Ach so. ...über den Zahnräder und da. Ihre Smoke ist jetzt vor den Smoke. Kannst gleich reinfahren. Ich glaub, irgendwas beschießt auf mich gleich. Vorsicht. Beschießt auf mich gleich. Die... Die Montana ist recht vor dir. Darum smoke ich egal. Ja, aber irgendwas anderes guckt zu mir, genau. Ah, Quatsch. Vertrau mir. Idee deines Vertrauens. Nee, nee, nee. Das passt. Nee, nee. Nee, nee. Passt schon. Lass mal stecken. Aber danke. Aber dankeschön. So, Monty. Das war's mit dir. Tschüss. Eins, drei. Auf, kommt. Ach so. Nö. Bom, bom. Na gut. Ein Glück hab ich hier nochmal genebelt für uns. Schön weg. Schon kommen wir nix mehr an. Damit wir... Komm doch. Ich drücke... Oh, na, was machst du hier jetzt? 1100 direkt gedrückt. Flak, 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 flak. Flak, 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 flak. Gut gedroppt. Hier hat er gut gedroppt. Und... Ausgewichen. Ja, der hat gehört, was du gesagt hast. Ja, nee. Gut gemacht mit dem Radarkraub. Oh, Scheiße. Radar. Wird so mit Hydro aufgemacht, ne? Ja. Wir haben kein Radar. Ah, Hydro... Und... Ihre. Ich hab genau richtig die Hydro. Das hat ihm das Genick gebrochen. Das hat seine wohl grad Cooldown gehabt. Nö, nö. Ich war auch offen. Der nächste Gegner soll Richtung Midway sein. U-Boot, U-Boot direkt vor uns. Ich bin... Ah, Scheiße. Jetzt, U-Boot Überwachung, Ihre. Mist. Mist, Mist, Mist. Schaut's aus. Ich muss bei der Z helfen. Das mach ich jetzt zuerst. Unser U-Boot ist da. Vermont ist da. Hilf ich bei der Z? Hilf ich bei dem U-Boot? Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist ein Yamato. Ach, ich bleib hier. Oh, er ist offen. Bom, bom. Stür. Oh, kommt da keine Meldung von wegen. Achtung, U-Boot kann jetzt getroffen werden. Achtung, U-Boot ist aufgetaucht. So eine Info hätte ich gern mal. Weil die Leute das dann ausnutzen würden und als U-Boot-Fahrer dauerhaft runterhoben. Runter hoch. Das stimmt. Runter hoch. Runter hoch. Ja, das stimmt. Maximal die Leute abfacken. Einziger Grund, warum man Online-PvP-Spieler spielt. Oh, U-Boot müsste tot sein. Ja, ist tot. Bitch. Sehr schön. Super gedroppt. Oh, die Zettel verfolgt die Yu-Yang da oben. Ich hatte erst überlegt, ihm gerade zu helfen. Aber hier sind halt drei Ziele. Gerade jetzt sieht die eh schon gewonnen aus. Der Yamato steht. Nee, fährt ganz langsam. Da muss ich noch dichter mit den Torps. Das wird noch nix. Anstrengende Runde. Aber man hat gut gesehen, in so einer Runde einfach am Leben bleiben. Einfach am Leben bleiben. Und dann kann es passieren, dass man die dann sogar wegknackt. Die Hydro war ja tödlich für beide. Und vor allem, sie standen im Nebel. Und sie konnten ja die ganze Zeit dadurch nichts machen. Ja, mal ballern hier ein bisschen. Kreml in Down. Hallo, hier, T-Trop. Was geht ab? Hallo, hallo. Bom, bom, bom. T-Trop, das Problem ist, diese Aussage, die du gerade zitierst, zog sich auf den Gefechtspass. Den Gefechtspass gibt es aber nicht mehr. Das ist jetzt der Eventpass. Das sind zwei andere Sachen. Deswegen können die sich da schön rausreden und sagen, naja, Gefechtspass, da stimmt du das. Beim Eventpass ist alles ein bisschen anders. Das ist was ganz anderes. Klingt doof, ist doof. Aber ist leider so. Ach du Scheiße. Oh, schön. Ich hab das nicht mal mitgekriegt. Instinktiv ausgewichen. Dafür nimmt die Yamato mich jetzt halt voll raus. So, bam. Aua. War langsam mal Zeit zu nebeln. Ihr wollt mich irgendwie tot sehen. Ihr habt mich so böse angeguckt, die ganze Zeit. Auf sieben Kilometer zum Gegner stehen. Ja, ich glaube. Wobei, das ist noch ein Tropio-Nachleider-Booster. Keine noch mehr, Torben. Möchtest du mal brennen, Yamato? Das wäre ganz toll. W-O, die beendet ist jetzt. Der ist jetzt tot. Wer holt dich? Wer holt dich? Ja, mein Schuss macht kein Damage. Skür, der Absnacker. Didn't like the way they played. It was balling GG on killing them. What? Das ist eigentlich gut gemacht. Da bei B ist schon lange gehalten. Ja, aber es ist für uns halt nicht so spannend, weil die hinter der Insel stehen. Wir können nicht so viel machen. Das meint er. Das ist absurd. Oh, Schuss auf die Midway. Ab zwar. Ja, komm. Uns ist aber schon klar, was da passiert ist. Natürlich heißt das jetzt anders. Es heißt nicht nur anders. Es ist eben auch was anderes. Wenn du dir einfach mal anguckst. Der Battle Pass, also der Gefechtspass, hat sich nie an die Patches mit thematisch orientiert. Das war eigentlich immer nur so ein bisschen nebenbei. Ab und zu gab es mal was für einen Farbzugang. Aber im Großteil lief das immer nur so nebenbei ein bisschen. Und jetzt ist es deutlich stärker an die Patches gebunden. An die thematisch, an die Thematik des Patches. Deswegen würde ich auch, würde ich dem Gefechtspass, ich würde den gar nicht erwähnen mehr, weil der Gefechtspass war richtig gut von dem, was man bekommen hat. Und damit schädigst du eigentlich nur das Image des Gefechtspasses, wenn du das jetzt mit dem Eventpass irgendwie gleichsetzt. So bescheuert das auch klingt. Aber ich würde es einfach trennen. Der hat mit dem Gefechtspass echt mal was reingebracht, wo die Leute gern Geld ausgegeben haben. Wo sie gesagt haben, okay, die 10 Euro, die 20 Euro im Monat, zahle ich extra, kein Problem, ist geil. Nämlich, das haben sie jetzt so gesehen, getötet. Jetzt jedes Mal, wenn die rauskommen, muss man regelrecht davon warnen, die nicht zu holen. Ein neuer Eventpass für die WG halt auf eine Menge Geld, wie so viele andere halt auch. Du, Solomon, meinst du, wie viele blind das einfach kaufen? Wie viele blind sich das einfach kaufen? Die haben das ganze letzte Jahr gekauft, jetzt kaufen sie das einfach weiter und gucken gar nicht mehr rein, was für Inhalte da kommen. Das ist dieses Gewöhnungskaufen. Du kaufst dir das Monat für Monat seit 12 Monaten, dann kaufst du es auf die nächsten 12 Monate. Da guckst du gar nicht mehr genau rauf. War letztes Jahr gut, warum soll es jetzt anders sein? Ihr informiert euch, ihr guckt auch unsere Videos, ihr kriegt das im Stream mit, etc. Da macht das überall mal Klick, das kriegt ihr alles mit. Aber die meisten machen das ja nicht. Need your support. Und ich meine, sie werden es ja sehen, wie viele Leute das kaufen. Ja. Und ob sich das weiter rentiert und wenn sich das nicht rentiert, werden sie es plötzlich mal wieder ändern. Oh, da ist er. Glaub ich auch. Uh, das wird lustig. Hoffentlich hat er kein Nebel mehr. Tausend. Und weg ist er. Schön. Ich habe extra den Winkel nicht verändert. Ich bin extra so geblieben, dass er mit AP bei mir nicht so viel macht, aber trotzdem gut reingehauen. Oh, 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 oh. Und wir hatten mir halt Töber zu sehen, schreibt jetzt testet. Wir geben, wie viele Leute noch Geld für den Eventpass ausgeben. Ganz einfach. So sehe ich das auch. Das sind die ersten Eventpässe jetzt. Ich gehe davon aus, dass sie nach einem halben, dreiviertel Jahr genug Feedback gesammelt haben, dass sie sehen, wie viele Leute kaufen das noch. Und dann je nachdem, eine Änderung reinbringen. Was mir fehlt, ist das andere, dieses Upgrade, was es noch gab, da mit diesen extra Boni. Das war ganz cool. Mehr Stahl, mehr Zeug, der immer so rausgekriegt. Tolle Runde. 2.000 der Niere, 1.860 der Grado und Skirt 1.800 auch dabei. Schönes Ding. Nur durch dich eigentlich. Was? Was habe ich gemacht? Du hast 21.000 Schaden auf die Sherman, habe ich aufgeklärt. Nur deswegen bin ich so weit oben. Ah, okay. Durch die Hydro aufgemacht, du hast den Schaden gemacht. Du konntest selber auf den gar nicht groß schießen, oder was? Nee, nee, nee. Ich bin an die Insel ran und konnte danach nur auf die Minus schießen und wollte ihn nur aufdecken. Ich habe aber nur 17k gemacht bei der Sherman. Wie geht das denn? Ja gut, dann habe ich hier noch 4.000 Bonus-Aufklärungsschaden bekommen, weil ich ein Signal ausgerüstet habe. Idee weggeballert, die 5.000 da, die Trasher haben wir auch noch weggemacht. Nice. Geile Runde. Geile Runde. Oh nein, 12 versus 12. Hayate versus Haruko. Meinst du? Kann man noch eine Runde mitfahren? Klar. Ja, danke fürs Mitkommen. Super gespielt. War eine sehr schöne Runde. Danke fürs Mitnehmen. Gerne doch. Jetzt ist er bei dir, Andi. Philado, die Moral ist einfach, schau nach, bevor du dir was kaufst. Die Moral ist nicht, kauf den Eventpass nicht. Die Moral ist, schau bei jedem Eventpass nach, was du da kriegst und ob du davon irgendwas haben willst und ob du da nicht irgendwie auch anders rankommst. Das wäre meine Moral, weil es ist immer noch dein Geld. And heute war geil. Ja, ging so. Gestern war geiler. Eine Runde noch. Naja. Im, 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 im. Dann habe ich genug für Special. Karkata, 18 Monate. Dankeschön dafür. Vielen lieben Dank. Ich würde dir gerne irgendwie anders helfen. Okay, komm. Ach, scheiße. War doch super mit der Hydrograd. Ja, aber mit dem Radar kann ich dir halt deutlich, deutlich schöner helfen. Das ist richtig. Der hält ja da nicht so lang. Mach mal das hier mal. Blup. Leck. Rissbein. Okay. 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 Chill, Leere. Chill. Kommen hier die ganz großen Exoten raus? Ja, meine Mino ist nicht geskillt, weil, ja. Der Weihnachtseventpass war ja noch recht angenehm, aber die beiden danach waren purer Moks. Ja, sehen wir genauso. Selbst der Weihnachtseventpass war schon schlechter als die davor. Ich meine, sie testen viel. Denkt mal zurück, wir hatten sogar mal einen Bezahl-Feldzug, einen Stahlfeldzug vor fünf Jahren oder so. 40, 50 Euro, der kostet so ungefähr 6.000 bis 8.000 Stahl, hatte man, glaube ich, rausgekriegt und kam danach nie wieder. Ich fand das eigentlich cool. Das wäre eigentlich eine coole Möglichkeit gewesen, nach und nach immer mal Spielcontent, so Season-mäßig. Das wäre auch überhaupt die Idee. Warum machen sie denn nicht einfach Season-mäßig so Feldzüge? Dieser Feldzug geht jetzt für zwei Monate, dieser Feldzug geht dann für zwei Monate. Das animiert die Leute auch zum Spielen, die dann fertig zu machen. Immer so ein paar schöne Belohnungen drin. Ich weiß nicht, warum sie von diesen Feldzug-Systemen so weg sind. Ich verstehe das nicht. Könnten wir mal nachfragen. Salem und Moskwa und Minotau, theoretisch mit Radar. Ob es da ein Statement gibt? Ja. Kein Statement, ich will hören, dass die Dings wieder reinbringen, die Feldzüge. Im Feldzug für Stahlbundes über Abwechslung. Ja, weil du hast Geld ausgegeben und hast dir so gesehen DLC für dein Spiel gekauft und das dein Spiel-Content erweitert, weil du ja zusätzliche Missionen hattest. Das hat sich irgendwie cool angefühlt. Diese Mission hast du fertig gemacht, das war auch noch alles so optisch ein bisschen schön dargestellt. Eigentlich schade. Das, was Voyage schreibt, ist auch richtig. Dafür gibt es ja die Werft, die diese Funktion übernimmt, wenn du dir da was kaufst. Ja, die Werft finde ich genauso geil wie diese Online-Feldzüge. Klickst du einmal am Tag, leuchelt auf einmal, klickst du an, holst du ab, gehst wieder raus. Wer guckt denn da aktiv überhaupt mal irgendwas an? Das andere hat mehr Arbeit, da klickst du auch noch rum, wählst die Aufträge aus, welchen Auftrag nehme ich, hier und da, 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 da. Das hatte noch mehr Gefühl, das war noch irgendwie, ich weiß nicht, hab mir besser gefallen. 4, 5, 6. Ich versuch mal gleich bei, oder? Vielleicht bei C? Sechs Schiffe, die hier mit nach oben kommen. Ja, dann machen wir C. Von den Feinden, meine ich. Versuch mal rückwärts in C reinzufahren. Am Mosfya-Radar wird den schön rankommen. Der Radar lasst dich. Salem Mino, kann auch sein, dass die hier gleich schon an der Insel stehen und nur auf dich warten. Ja, das kann sein. Nächster Gegner soll aber noch bei D sein. Das ist richtig. Achso, hast du auch. Ja, ja. Nur ohne Hydro, denn lieber immer Funkordnung dabei, wir sind kleine Hilfestellung. Da ist die Shimakase. Lombosalve kommt hier. Ich bin hier hinter mir beschossen. Ich glaube, Andi, ich habe die Silo-Salve. Irgendjemand von euch kriegt gleich SAP. Ich hoffe, ich bin es nicht, sonst bin ich gleich ein trauriger Nierer. Könnten Yoshino-Tops theoretisch bei mir ankommen. Die brauchten recht lang, wobei die müssten langsam nachgeladen sein. Boah. Das Vorhine geht leider. 6. 20. Ihr könnt hergetoppt haben genau in dem Winkel sogar. Hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal, hoffen wir mal. Shimakase-Fastown von den Gegnern. Geil. Und jetzt gemütlich hier rückwärts guten Winkel finden. Und wenn ich aufgehende, gleich abhau. Oh, fuck off, schreibt was schön ist. Ich wollte immer nur die Backlinkung haben nach euren 300k-Videos. Jetzt brenne ich andauernd und verfluche euch. Sorry. Die V kommt, Achtung. Richtig Mist. Richtig Mist. Richtig Mist. Malta, Malta. Oh, hat das Feld drauf gesetzt. Dankeschön. Und der droppt einfach ohne Probleme trotzdem. Nope. Ah, weit, sehr weit gestreut. I shake, I shake. Die Tops sind zu geil von ihm. Nächster Gegner soll hier sein. Wieder vorwärts fahren. Da ist die Shima. Oh, nicht treffe ich nicht. Können die da drüber theoretisch treffen. Nicht weit genug vorgehalten. Scheiße. Das war Mist. Die Shima hätten wir erwischen können. Dreck. Und Tops. Der wird 100% hier in die Richtung jetzt fahren. Versuch den B-Cap zu holen. Ich werde den gleich mal aufradern, wenn du noch magst. Wenn du da noch hinguckst. Ja, kann ich. Er ist aber immer noch hinter der Insel. Ja, bist du sicher? Er ist am nächsten, der nächste Gegner soll immer noch da sein, wo die... Nee, hat umgeschwenkt, ist bei uns jetzt auf der Seite. Ist jetzt hier auf der Seite, auf der Flanke. Okay, Radar sehe ich noch nicht. Da, jetzt, ja. Ist gut. Falls du damit was machen kannst. Tops sind auch unterwegs in seine Richtung. Der hat gerade ein richtiges Problem. Ah, nee, ist noch der hinter. Nee, Tops sind in seine Richtung unterwegs. Der hat jetzt ein richtiges Problem. Schön in den Radar jetzt rein. So, macht Spaß. Und Tschüss, Schimaba. Schön mit dir. Oing. Und weg hier. Der ist nicht bloß einmal da gestorben. Boah, mich also Tops noch rein. Die arme Sau. Und Neski und Mino sind bei uns gestorben. Sehr gut. Hm. Gar nicht schön. Danke, danke, danke. Ach du Scheiße. Okay. Die Schlachter kommen jetzt hier rein. Oh. Oh, du Kacke. Das ist gar nicht gut. Aber du hast ihn cappt. Schön. Ja, ja. Der CV hat zum Glück nicht getroffen mit den Tops. Der hat er ganz doll breit gefächert, die da reingehauen. Huch. Oh, hier sinkt ja einer. Warum sinkt hier einer? Nein. Ich geh fest an der Leiche. So eine Scheiße. Das fragt sich der Linkende, glaube ich, auch. Echt, ey. Stimmt auch woanders. Mann. Okay, okay. Bin ich mehr offen? Bin ich schon nicht mehr offen. Ey, komm. Weg hier. Höh. Ich hatte das Einzel-Torps. Sieht ja lustig aus. Ja. Jetzt alle die. Das ist gerade nichts anderes, was ich tun kann. Naja, ist richtig. Alles doof. Das ist die Michelangelo. Welche Steilschiff soll ich mir am ehesten holen? Kommt drauf an, was du gerne spielst. Geht's gern Schlachtschiffe, gern Schlachtkreuzer. Meine Favoriten sind Bogone, Shikishima und Stalingrad. Das sind meine Favoriten. Oh, die Tops. Die Tops. Die Tops. Ja, zwei. Sieht gut aus. Die drei gehen auch noch rein. Die drei in den Kreml gehen auch noch rein. Oh, das wäre wichtig. Das wäre wichtig. Komm, komm, komm. Jawohl. Oh, schön. Sehr geil. Richtig geil. Der wird krotzen. Und der hat auch gleich repariert. Das ist klar. Das ist ein Kremlin, aber... Kreml fährt rein. Der will jetzt Richtung B. Versucht sich da zu sichern. Er brennt. Zu retten. Mann, lad doch mal nach. Die ollen... Ach, da ist die Kolumba. Ach, die Kolumba fährt auch schon lang. Scheiße. Die Tops war ich verkackt. Das ist natürlich jetzt richtig Mist. Das tat weh. Oh Gott, das tat weh. Ich schieße mal lieber nicht. Auch wenn ich jetzt hätte schwuppen können. Ganz vorsichtig. Die waren mir gerade schon ein bisschen zu dicht. Komm, vorbei, 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 vorbei. Millimeterarbeit, Millimeterarbeit. Nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Und ich bleib voll hängen. Ich wäre dafür, die Insel mal zu verkleinern. Dann können da aber auch andere rüberschießen. Willst du das? Nee, verkleinern, schmaler machen. Hoch in der Höhe ist mir egal. Können sie gerne auch höher machen. So ein Wolkenkratzer? Auf so einen ganz dünnen, kleinen Stiel, aber bloß. Das wäre toll. Wird doch gar nicht bescheuert aussehen. Michelangelo macht den Andi klar. Die Moskva kommt. Eeeh. Das ist ja nicht so schön. Plop, plop, plop. Plops raus. Colombo bleibt dahinter. Nee, Colombo fährt auch weiter. Plop, plop, plop. Bleiben wir mal ein bisschen auf Abstand. Gleich können wir Y-Lohnen. Was machen die Runden? Och, gut, eigentlich. Eine doofe Runde schon, die anderen bisher aber ganz cool. Debole, Andi. Debole. Plop. Oh, Lombo. Du, 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 du. Habe ich Colombo als anvisiert? Ja, hatte ich. Plop. Möchte bitte die Kremlin treffen, nicht die Colombo. Die Kremlin. Moskva ist auf zwölf Kilometer dran. Und die Flieger machen mich auf, weil meine Flacke an ist. Scheiße. Bin so doof. Oh, top, so gut ist bei der Colombo. Oh ja. Die armen Schweine. Bums. Oh, oh, oh. Drei Treffer weg. Ja, dann müssen wir uns noch sterben und dann zieht es. Dann ist die Mitte hier so weit von safe. Boah, 3000 Atmos noch. Irgendwer hat ihn getroffen. Hitsch, abgefackelt. Noch nicht gelöscht. Goil. Schön auf er aufbauten. Nur da können wir Schaden machen. Schön auf er aufbauten. Und er ist down. Sauber. Schön weit genug weggeblieben bei der Moskva. Schön mit den zwölf Kilometern von ihm hier gearbeitet. Das hat ja mal gut funktioniert. Aber noch nicht gewonnen. Nee, spannende Runde noch. Michelangelo. Kaka, der Grado-Killer. Komm schon, jawohl. Wir ziehen, bitte nicht. Sauber. Bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott. Alles. Machen wir es mit der Moskva? Wer macht die jetzt weg? Äh, ja. Tops? Machst du die mit Tops? Bin, bin, bin dabei. Geht gleich los. Gib mir eine Minute, dann habe ich auch wieder Tops. Wo möchtest du denn jetzt hin? Ich würde dir, würde dir folgen. Ja, B kann ich nicht viel helfen, da. Der Moskva fährt rückwärts. Der fährt nicht weiter rein. Dann lass doch mal die, achso, du bist auch da unten. Ich brauche die Spotten für euch, die sind ja da oft offen, da unten. Ey, ich fahre D. Ich versuche die, lass die Duncan killen, dann können wir D-cappen. Okay. Oder ich fahre einfach durch da bei der Duncan, fahre vorbei. Weil das ist gewagt wegen dem, wegen dem Radar. Die Duncan fährt noch vorwärts. Ah, der wäre in die Insel da ran, leider. Moskva steht jetzt, glaube ich. Leider, leider fährt der da genau in die Insel. Moskva gibt jetzt wieder Gas. Ja, kommt ran. Tops muss ich jetzt behalten. Die Duncan wäre jetzt in D rein. Der wird cappen. Ist ja auch verständlich. Ja, meine Reichweite ist nicht gut genug. Und er wird langsamer, shit. Moskva, Moskva. Der Gaming Fox, wir haben für die ganzen Stahlschiffen auch Videos gemacht. Und allgemein gibt es extrem viele Videos auch zu den Stahlschiffen. Deswegen guck sie dir einfach mal an. Du weißt ja, was dir gefällt. Und dann was. Moskva, wo willst du den jetzt lang? Warte, ich mach mal breit gefächert. Einmal breit gefächert hinterher. Vielleicht haben wir einen Luck-Hit. Duncan verstauen. Bis noch 12.000. Das sieht gut aus. Gut, die Moskva gleich nochmal zurücksetzen. Dass der nicht durchcappen kann. Aber erst, wenn ich hier rum bin. Denn voll Feuer auf die Duncan. Naja, die Moskva ballert direkt auf mich. Scheiße. Ich hätte nicht schießen sollen. Das war doof. Das war doof. Den nochmal zurückgesetzt. An solchen Duncan. Oh, der hat irgendwie ganz viel Leben wieder. Kommt das denn hier? Hat die Geschütze nicht gedreht und mein Smoke ist gleich ready. Aber ich halte ihn jetzt eh offen. Hübsch. Burn. Und er brennt. Sauber. Mehr wollte ich doch gar nicht. Duncan, doof, ne? Wenn die Türme so doof gelegen sind da. Drücken. Kann man denn nicht viel machen? Ich kenn das. Haupttreffer von Moskva. Sauber. Und da kommt seine Hauptpartei gleich. 8, 7. Weil der hat nicht auf mich geschossen. Oh, okay. Das ist richtig gut. Das ist sehr gut, ja. Jetzt können wir ein bisschen auf den Fall an. Was war das denn, Duncan? Warum schießt du die auf mich? Ich bin genau neben dir. Moskva down. Geil. War raus. Schön gemacht. Und jetzt kann er die Geschütze wieder nicht nutzen. Sauber. Bisschen traurig, die Duncan. Bisschen traurig. Wenn sie am Kiten ist. Vom 26. noch auf. Aber das muss man mögen. Kann auch sein, dass du sagst, ne? Flücksichträger, Inhalte. Kein Bock drauf. Kraken, Krado. Scheiß auf Kraken. Hauptsache Winn. Bisschen. Bisschen. Weit weg. Und dann fährt er mal ab. Hau rein, Philado. Bis zum nächsten Mal. Moin, Doc Kustensaft. Bye, bye. Ping mal. Wo ist denn der nächste Gegner, den du siehst? Der, den du geordnet hast? Naja, die Masse. Oder der CV da an. Da weiß ich, das weiß ich nicht. Sag mal. Ja, spinnen unsere Zuschauerzeigen gerade rum? Wieso? Wir hatten vorhin irgendwie 700, 800, haben bloß noch 300. Ist irgendwie was kaputt gerade? Keine Ahnung. Seid ihr noch da, Leute? Macht mal ein bisschen Krach hier im Chat. Seid ihr noch da? Bei mir steht 27. Also ist auch nicht schlecht. Typ Krado ist tot. Das war's mit Streaming. Hey, Reisebüro. Braucht ihr noch einen? Ich bin wieder da. Hallöchen. Papa ist zu Hause. Hey. Daddy's back. Ab in Urlaub. Alle sind 27 Zuschauer. Ihr seid aber eigentlich, glaube ich, mehr als 27. Ganz schön laute 27. Ganz Twitch-Win die User-Zahlen. Passiert, passiert. Es ist halt Freitag. 27 Zuschauer. Früher hatten wir ein paar mehr freitags. Auch nur ein paar. Hat er vor 5 Minuten 0. Auch nicht schlecht. Ist ja noch besser. Und alle an einem PC. Mann, ist auch nicht schlecht. Ist sie gegen den Minotau? Die Malta ist nebenan Minotau da rechts irgendwo. Die Minotau kommt, die ist da. Oder die Funkordnung, die zeigt das wirklich sehr ungenau an. Ich habe aber mal Radar gezündet. Okay, dann ist bloß die Minotau. Warum auch immer die Funkordnung. Die Funkordnung ist wirklich 1, 2, 3 Kilometer rechts neben dem Minotau. Soll einer dichter dran sein. Also weiter nach unten oder nach oben? Genau hier, hier hinter eben irgendwo. Genau da zeigt mir Funkordnung an. Wenn ich es genau mittig nehme. Ich meine, du bist auch noch ein bisschen weiter weg. Ja, aber trotzdem. Wie ungenau ist denn? Jetzt hat er umgeschwenkt. Jetzt hat er auf dem Minotau umgeschwenkt, nach links. Wie scheiße ungenau ist denn das? Mann, Mann, Mann. David, danke für die 76 Monate. Ganz alter Hase hier. Dankeschön. Viel ihm Dank. Er hast eine Stunde hier auf Twitch mitbekommen. War David? Merci dafür. Äh, Midway Flieger, äh, Malta Flieger kommen hinten noch von C2, C3. Genau. Der eiert da irgendwo rum. Leider, leider fliegt er jetzt exakt über mich rüber. Das ist jetzt ein doofes Timing. Aber wirklich ganz genau. Scheiße. Captain Willi, ich hasse dich. Nee, Whitey. Entschuldigung. Ich hab ne Whitey. Ist mir Sack. Bei dem kleinen und bekannten Thema Gromberg, wir hatten sieben zu sauer. Wir haben ja erst Gromberg. Ja, war ja bloß ne Frage der Zeit. War nur ne Frage der Zeit. Koffi-Njunkie, auch dir vielen lieben Dank für deine fette Sub-Bombe. Dankeschön für deinen fetten Support. Vielen lieben Dank. Du fiel hier schon reingebuttert bei uns. Dankeschön, Dankeschön. Ich hab schon seit langem den Eindruck, dass der Skill extrem ungenau geworden ist. Ich hab noch nie wirklich drauf geachtet. Vielleicht bloß, weil das so extrem weit weg ist. Dass der, umso weiter du weg bist, umso ungenauer wird er halt. Hätte ich auch gesagt, dass du einfach die grobe Richtung siehst, die weiter der weg ist. Weil du warst ja was, 12, 13, 14 Kilometer entfernt. Das ist halt... Nehmt weiter, glaube ich, sogar noch 17, 18. Das war sehr weit weg gerade. Er zeigt immer auf die Kachel. Bist du dir sicher? Das wäre, das höre ich gerade zum ersten Mal, Black Guy. Bist du dir ganz sicher? Oh, da ist er. Dann mal los. Ich hol lieber einen ARCAP. Ja, ich hol auch den ARCAP. Ich will lieber Dings hier haben. Ich komm da nicht ran. Das ist so weit weg. Ja, was soll ich denn sagen? Vielleicht weitest du? Ich hab 11, 6. Ich hab 15, 7. Das räumann nicht, Romil. Kannst sogar fast im Cap noch stehen, den wir ballern. Wie schlimm, man nimmst mir meinen Cap hier gerade weg. Die wollte ich holen. Bei der Reihe. Und auch vielen lieben Dank an alle bei YouTube für eure Kanalmitgliedschaft. Wir haben über 300 Leute schon, die Kanalmitgliedschaft jetzt reingeballert haben bei uns auf YouTube. Ihr kriegt monatlich jetzt immer einen Supercontainer-Auftrag. Danke, Nere. Habt ihr Probleme mit den Supercontainer-Aufträgen? Dann eröffnet ein Ticket bei Wargaming. Ja, ihr braucht mich deswegen gar nicht anschreiben. Denn ich hab schon probiert. Einige hatten geschrieben, oh, der Auftrag kam nicht an, was kann ich machen? Und ich hab von Wargaming nur die Info gekriegt. Wir haben ja ein paar Kontakte, die wir kontaktieren können. Ihr sollt den normalen Support dann anschreiben. Und die helfen euch da. Sollten Probleme da sein. Aus. Ende. Gigi. 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 Ich mach einen Kraken. Gut, die Malte hätte ich aber nicht mehr totbekommen. Ach nee. Wär Blödsinn gewesen. Die 53.000 hätte ich mit der Hauptbatterie nicht weggeballert. Scheiß auf Kraken, Hauptsache, Dold, Grund-IP. Und das war ja mal eine Mörderrunde hier. Schönes Ding. Gib mir meine 3K. 1.800. Ich hab irgendwie mehr erwartet. Ich hab zwei, drei Caps genommen. Drei Caps. Ich habe 100k Damage. Über 90.000. Ich habe 68.000 Spotting Damage. 64.000 davon auf den Yoshino. Oh, der hat wohl richtig auf die Nase gekriegt. Ich hab der Schima 4000 gedrückt. Gut, das andere war Kremlin, Duncan, Colombo, Moskwa. Das ist irgendwie ein bisschen wenig Grund-IP. Was ist los hier? Schweinerei. Aber das ganze Team hat gut gespielt hier. Hermann, können wir loben. Gut gemacht. Ich mein, bei Spotting kam wahrscheinlich nicht so viel rum, weil die da eben dauerhaft offen waren. Hm, waren sie auch. Waren sie auch, waren sie auch. Wenn CV dabei ist, dann spottet der, der kriegt das Spotting Damage. Da machst du als DD nicht mehr viel. Außer du bist genau auf der Seite, wo der CV wirklich nicht einmal hinfliegt. Meine Freunde, das war unser Special zur Hayate. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese wunderschöne Tarnung für die Hayate kann ich auch bloß empfehlen. Japanischer Lack. Sieht super geil aus. Ist beim Schiff aber nicht standardmäßig dabei. Bitte bedenken, standardmäßig ist diese wunderschöne Tarnung drauf. Ich mein, auch nicht schlecht. Aber japanischer Lack kriegt ihr bloß noch über Events. Oder halt über die Tarnungscontainer, die... Ich hab den Namen vergessen. Wie hießen die Reise in die irgendwas? Reise in die Ferne? Wo die ganze Tarnung drin sind. Ich glaube, Reise in den Westen, Reise in die Ferne, irgendwie so. Irgendwie so, da kann die drin sein. Und die ist wunderschön anzusehen. Hayate, wirklich durch den Smoke und den Torpedo-Nachladebooster, den wir jetzt haben, auf ein ganz anderes Level jetzt gestiegen. Heuer war es so ein DD. Ja, okay, im Ranking, wenn, wenn, sag ich mal eins, das beste ist, Schulnotensystem. Dann war die immer so bei drei bis vier. Und die hat man mal gespielt und war ganz lustig. Aber nix Halbes, nix Ganzes. Der Torpedo-Nachladebooster brauchtest du, um bei der Schien mehr mithalten zu können. Hauptbatterie technisch war es besser. War ganz cool, da so zu ballern. Aber ach, hat halt immer der Nebel dann gefehlt, wenn du den Nachladebooster hattest. Aber das ist jetzt deutlich angenehmer. Ist jetzt in meinen Augen ein wirklich sehr, sehr guter Zerstörer. Kann ich euch nur sagen, holt euch den. Für Kohle kriegen im Spiel. Kostenlos könnt ihr es also Free-to-Play schaffen. Wer sie damals für zwei Millionen Freaks-P geholt hat, natürlich, darüber war sie auch zu kriegen. Aber jetzt natürlich nur noch da drüber. Daher holt sie euch. Toller Zerstörer. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren. Eure Meinung zur Hayate. Habt ihr sie im Hafen? Habt ihr sie schon mal gefahren? Oder wollt ihr sie euch holen? Gerne mal die Kommentare.